Ähm, ich weiss nicht, wo ich da gelandet bin. Ich bin irgendwie in Deutschland gelandet. Bei Joyce Deutschland. Wow, ist das nicht am Anthony auch gestern passiert? Eigentlich würde ich jetzt gerne Neues moderieren, aber es wird schwierig. Aber der Anthony hat gestern einen Trick gemacht, der hat sich zurückbeamt. Anthony, kannst du mir helfen, mich zurückbeamen? Ich versuche es einfach. Tadaaa! Hey Julian, hast du gesehen? Ich habe mich gebeamt. Ich verstehe, warum man sich nicht mitmachen wollte. Wie Toni habe ich mich gebeamt?